Bräuchten wahrscheinlich eine größere oder sowas für. Beziehungsweise muss der Mass Fabricator bald mal irgendwann dann gemacht werden, ne? Den haben wir doch schon, oder? Oh ne, er ist glaube ich mit in die Luft geflogen. Der Mass Fabricator? Ist der mit in die Luft geflogen? Bin ich mir gar nicht sicher. Ne, ich hab den noch glaube ich abgebaut, oder? Kann auch sein. Ich hab den noch glaube ich einfach fehlerhaft abgebaut. Jetzt hatten wir hier Advanced-Maschinenblock und so weiter. Äh, Mass Fabricator. Der braucht hier Advanced-Druck. Zwei Maschinen, alter Scheiße. Ja, müssen wir mal gucken, was das beim nächsten Mal irgendwann auf die Reihe bringt. Was ist die Verzauberung, äh, Vorpall? Oder Vorpall, oder? Keine Ahnung. Kann ich dir nicht genau sagen, hatte ich auch schon. Ich würd gern wissen, wo er das Copplestone hernimmt. Ich frag mich grad, wenn man eine Bottle in den Auto entscheidet, tut, und man dann Bottles of Enchanting rausbekommt. Probier ich grad nochmal aus. Keine Ahnung. Krass. Oder das wär mega geil. Weißt du, ich find's mega geil, dass man so durchwerfen kann, und der findet sonst irgendwie was. Bevor ich nicht mal Ahnung habe, voll geil. Das ist voll der krasse Kontrast und so. Okay. Jetzt, erzähl, du kennst. Du kennst also keine Bottles of Enchanting, also ganz normale. Ach so. Na, ich hab nicht zugehört. Das erklärt vielleicht einiges. Ich denk, dass du nur immer die ganze Zeit über irgendwelche MFSU-Dinger redest, weißt du? Die sich total komisch anhören. Hm. So. Okay. Doch, Bottles of Enchanting kenn ich. Leider. Kennst du leider? Mhm. Warum leider? Ich find, Braun hätte nicht in Minecraft reingemusst. Warum nicht? Keine Ahnung, das passt nicht dazu. Zum Minecraft? Nee, find ich absolut nicht. Ja, weiß ich nicht. Kann man sich nicht mal im normalen Spiel geben. Machen die auch relativ, also ich weiß nicht, ja. Braun tue ich eigentlich auch nicht. In Minecraft irgendwie. Hab ich, glaub ich, noch nie gemacht. Die kann man auch nicht machen. Ja, generell, aber überhaupt irgendwas braun. Ach so. Ja, das ist auch das Unnötigste auf der Welt. Ja, siehste, siehste. Darüber haben wir gerade gesprochen. Ja, das ist schon vorm her. Hätten die ganzen Bilder hier verkehrt rumgemacht. Verkehrt rum? So, vielleicht hast du ein Päckstrafpack, was verkehrt rum ist. Naja, kannst du immer herkommen. Nö. Ja, wo die ganzen alten Kisten neu waren. So. Ah, ich mach gerade hier ein bisschen Wände zuerst mal. Dass wir hier so einigermaßen nochmal klar Schiff haben. So, okay. Hier vielleicht nochmal. Jut. Jut. Jetzt guck links und rechts. Äh, ist ja. Ja, egal. Ah ja, pumpt schon schneller. Gut. Was, links und rechts, ne? Ja, ja, ein Stockwerk weiter oben. Ja. Hier so. Hier, hier. Ist bei deinem Protection Pack richtig rum? Äh, ne, sind irgendwie gerade alle falsch rum. Fuck. Warum? Warum? Weil da einer mit dem Omni-Range draufgehauen hat. Er ist auch ohne Omni-Range, sehe ich gerade. Was denn das? Oh. Sag mal, hattest du dir letztes Mal so eine Ender-Poach gemacht? Ich, ne. Ne, Niklas. So, okay. Nein, letztes Mal nicht. Ich habe ja schon eine. Okay, ich habe jetzt auch eine. Und? Ja, war ein Bild. Und? War ein Bild, Mann. Wie kann ich denn die jetzt mit der Chest nochmal synchronisieren? Wie ist das synchronisiert? Weil so beide, alle beiden komplett weiß sind, ne? Ja. Ja. Das heißt, wenn du jetzt einfach rechts gegen machen solltest, solltest du in die Kiste gucken. Ah ja, ich sehe schon. Pass. Jo. Cool. Oh, das Dinger, das kann schweben, das ist cool. Wusste ich, dass es bei Minecraft geht. Was denn? Das Dinger schweben können. Das Dinger schweben können? Na, wenn, wenn diese Kiste offen ist. So, in meinem Texture Pack sind so ein schwebener Kristall. Ja. Ja. Ich weiß, der ist da. Der ist cool. So. Wusste ich, dass sowas bei Minecraft möglich ist. Hm. Der ist standard in dem Texture Pack. Das macht Spaß. So, alles klar. Gut. Ja, dann würde ich doch sagen, dass wir, ähm... Gucken, dass wir nochmal einen guten Abschluss finden hier. Alle tauchen gehen. Alle tauchen gehen. Bei der Quarry. Wer auf den Grund kommt, hat gewonnen. Oh Gott, der ist mir warm, ey. Könnte kotzen, ja. Müssen wir so eine Real-Life-Aufnahme machen? Wo wir Eiswürfel gegen die Sonne werfen. Oh, das war ja noch Pflicht gewesen, wa? Das muss... Ach, warum rei ich jetzt endlich hin? Scheiße. Sei egal. Ähm, die thermalen Generatoren, wo waren die jetzt nochmal gewesen? Wie konnte man da nochmal hinlaufen? Du läufst einfach dem Glasfiber-Kabel und ne, ähm, der an der MF-E ist entlang. Kommt man da lang, ja? Komisch. Das ist der einzigste Weg. Also bei mir ist es so, ich werde wirklich immer nur in der Nacht rausgeworfen wegen Fliegens. Am Tag werde ich's nicht. Hm. Das ist auch eigenartig. Ich hätte es noch einstellen müssen. Nicht die Server-Config, sondern die Troll-Config. Ist noch ein bisschen wenig Lava, was da ankommt, ne? Kann das sein? Ähm, ja, weil die Pumpe fasst alles. Also, da. Die ist auf Grund gestoßen im Nether, die müsste man umstellen. Ne, echt, ja? Ja. Wow. Soll ich mal machen? Kann ich in der nächsten Aufnahme machen. Ach, aber so jetzt grad macht's ja noch genug. Weiß ich nicht. Ja, wir haben jetzt noch ein paar Minuten. So drei, vier. Was war das denn? Ein Creeper. Den du jetzt in unserem Haus explodieren lassen hast, oder was? Nein, der, weil es geleckt hat, neben mir explodierte es. Es leckte. Ja, es leckte. Es leckte. Das ist ja krass. Bei dir hat es sich gerade richtig angehört. Ich glaube, das war wegen der Teamspeak-Dings-Einstellung. So. Oh ja, er ruft auch mir. Wie baue ich die Pumpe ab? Kann ich die normal mit einer Spitzhacke abbauen? Okay. Wissen du. Na, ich gehe jetzt gleich rüber. Mit einer Spitzhacke, ja? Mal gucken. Ja. Vielleicht bin ich tot. Oranium gefunden. What the fuck? Wow. Kommt mal hier raus, stehen gleich so die Gesellen und glotzen einen Blöde an. Alter Schwede. Ich hätte gerne zugeschlagen. Hätte es gemacht, hätte ich gleich ein ganz großes Problem gehabt. Aber egal. Wieso? Naja, wenn dann alle auf mich zugegangen wären. Ähm, wo ist denn die Kackpumpe? Ähm. Naja, das weißt du ja gar nicht, wo die ist, ne? Ist die denn weit? Ich glaube, ich war mal drin. Aus dem Portal, links nach unten. Ist ja noch mein Boomerang, den ich mal verloren habe. Alter, der ist nicht gedespaut. Cool. Aus dem Portal, links, unten. Mein Eisboomerang wieder. Ja, also in die andere Richtung, wo eigentlich ich zur Festung gehe. Okay, wenn ich jetzt wüsste, wo es zur Festung ging, aber... War das ein längerer Weg gewesen dahin? Ja. Zur Pumpe. War das denn so ein tiefes, dickes, fettes Loch? Äh. Äh. An sich nicht. Ja, das ist wohl die falsche Richtung, aber das ist die Richtung eigentlich. Boah. Das ist ja kacke. Ich such grad hier, wie blöder, aber irgendwie... Was ging ja Richtung Berg runter, ne? Ja. Und nicht dahin, wo es zur Quarry... Ach, dann geht's vielleicht da lang. Aber hier stehen überall die scheiß Steine zur Quarry. Äh, zur Quarry, man. Weißt du mal, meine, zur Burg. Ja, dann bist du in der falschen Richtung. Ich bin in alle Richtungen. Okay, es macht bevor leise. Ja, der ist irgendwie leise geworden jetzt, ja. Besser? Ja. Also du bist nicht zu den Steinen gegangen, ja? Nein. Warum hab ich eine... Oh, was soll... Wieso hab ich jetzt ne Diamant-Axt? Oh, oh... Ach so, das war meine noch. Ich hab jetzt ein Eis-Boomerang und ne Diamant-Axt auf meinen Weg gefunden. Nein. Ja. Wer wirft ihr einen Eisen-Boomerang und ne Diamant-Axt auf den Weg? Die Diamant-Axt könnte meine sein, die du vorhin bei meinem Tod eingesammelt hast, aber der Eisen-Boomerang gehört mir nicht. Scheiße. Ne, die Diamant-Axt hab ich grad eben hier aufgesammelt. Komisch. Nein, das ist wahrscheinlich die ich meine. So, ich such gerade, wo das sein könnte, ja. Ich find das irgendwie nicht... Hm. Ist das hier? Die Pumpe hast du denn ganz unten aufgebaut irgendwo, ja? Mhm. Ich komm sofort und zeig's dir. Scheiße, findest du nicht. Wieder ein Ort zum Verirren hier. Hm. Ärgerlich. 36 Grad. Jo, Mann. Das wird kälter. Boah, wenn sie... Ja. Die Pumpe. Die Pumpe. Die Pumpe. Ich die Pumpe doch finden würde. Ah, hier dunkel ist es immer so, so komisch farben, dass man gar nicht weiß, was jetzt hier eigentlich was ist. Komm mal zum Eingang. Zum Portal. Hast du grad Liebunkel gesagt oder hab ich's nur eingebildet? Äh, ich gucke mal, ob ich da hinfinde. Und jetzt Jetpack alle und ich stehe hier und sterbe. Direkt fett überm Lavaseen. So, Portal. Ich glaube, es müsste hier irgendwo gewesen sein, das Portal. Ach, ich hab die Pumpe gefunden. Ich weiß jetzt nicht, wo das Portal ist, aber ich hab die Pumpe gefunden. Ja, dann komm ich da hin. Ach, Gott. Da ist die Pumpe. Natürlich so, dass die Redstone Engine dann nicht mehr richtig pumpen war, wenn man jetzt wieder abbaut. Wieso? Naja, dann brauchen die erstmal eine Zeit, bis die da pumpen. Die haben wahrscheinlich noch nicht auf Grund gestoßen. Wir sollten vielleicht gucken, dass wir irgendwie noch eine zweite Pumpe oder so entnäher bauen, oder? Nö. Warum nicht? Das verteilt sich dann einfach nur gleichmäßig auf alle Dinger. Na, wenn wir eine zweite Pumpe hätten? Nein, jetzt so. Verteilt sich gleichmäßig und deshalb kommt denn alle nur so ein bisschen rein. Weil es ein bisschen halt recht hält. Wo geht's wieder nach Hause? Na komm, Nö. 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 Juti, naja, es war doch mal erfolgreich hier. Ich guck mal grad, wie tief die Crawl hier ist. Ja, geh am besten mal tauchen, ganz bis auf den Grund. Kann ich mal kurz was an dir ausprobieren, mal? Na, solange ich dabei nicht sterbe. Hast du volles Leben? Nicht dieses Woop-Dings-Bangster. Warte, warte, ich fress kurz ein Schwein. Fressen. Ich ess natürlich, like a sir. Warte, warte, warte. Jetzt muss ich erst noch regenerieren. Like a sir. Like a sir. Dann geh ich in der Zeit runter. Okay, ich hab volles Leben. Glaub ich zumindest. Ja, warte. Kannst du da einfach runter, ohne zu sterben? Okay, wir sind auch für 39. Wow, das war recht gut runtergegangen, ne? Okay, bist du bereit. Du bist also schnell runtergekommen. Na, ohne Hover-Mod kannst du schneller runter. Mach drei Schaden. Ja, drei. Wow, ist ja Wahnsinn. Okay, das hat ein bisschen mehr gemacht. Sieht das mit einem Atomreaktor aus? Warte. Ich bin tot. Oh, ich war grad schon. Hältescheiße. Atomreaktor, wir brauchen Oranium. Ja, da hattest du noch neun in irgendeiner Kiste. Ja, diese Double-Zelt mein ich damit. Hast du volles Leben, Mark? Ne, halbes. Halb, halb. Das eine ist schon fast geschehen. Wie viele Leben hast du? Jetzt habe ich, abgesehen von drei, alle. Okay, warte. Wie viel macht das? Krass. Können wir das nächste Mal machen. Jetzt hatte ich noch drei Herzen. Also eins, zwei, drei, vier. Okay. Hier, Schaden macht das. Also, äh, ist jetzt richtig, ne? Dieses Atomkraftwerk versorgt nur die Crowey, richtig? Ja. Okay. Es ist für, ich habe ein Steak für dich. Dankeschön. Das heilige? Nein. Das ist noch roh. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Juti, dann würde ich sagen, waren wir doch produktiv genug gewesen. Ich kann gar nicht aufziehen, was wir alles geschafft haben. Und ich kann vor allem jetzt... Wir haben zwei Jetpacks. Ich kann vor allem nicht aufziehen, was wir alles nicht geschafft haben. Und was war an der Geschichte? Mach mal ein Backpack. Oh ja, dieses Wölding. Ist egal, wir speichern es wahrscheinlich ein. Hm, so wie ich uns kenne. Ähm. Nee, oder? Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Sag an. Sag an. Da muss irgendeiner, Niklas... Hm? Herkommen. Lol. Wie das aussieht. Was ist los? Du hast einen Big Baum gebaut. Zeit für ein Baumhaus, oder? Echt? Aber nicht so einer. Niklas, wir sind bei der Baumfarm. Und die war ja nicht angeschlossen. Zufälligerweise war die Stromzufuhr Solaranlage. Ach so, ja. Schön. Ja, schön. Die Baumfarm funktioniert nicht. Junge, die haben 14k. Was willst du? Ist mir doch scheißegal, was ich will. Wenn du nicht lauter wirst, hört dich gar keiner mehr. Auf jeden Fall ist es so, dass du die scheiß Baumfarm abgeschlossen hast. Rambulam. Ding dong. Alright. Oh Gott. Wenn man nicht aufpasst, wo die Kabel hingehen, war. Wir haben 50.000 Koppelstone. Wer braucht denn den Scheiß, ganz ehrlich? Zufälligerweise war das an die Baumfarm angeschlossen. Jetzt nicht mehr, ne? Hast du es jetzt nochmal verbunden oder nicht mehr? Nö. Du, der ist doch gleich abgehauen, nachdem er was gesehen hat. Ey, ist ein Scheiß. Juti, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach bei der nächsten Aufnahme. Dir, Niklas, hier aus der LPT Tech-It-Light-Sicht nochmal einen schönen Urlaub gewünscht. Danke. Und vor allen Dingen bist du ja dann relativ zeitig wieder da. Nicht wahr? Juti, dann sehen wir uns. Viel Spaß. Ja, tschau. Und heute da draußen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.